sehr nice genau das wollte ich haben verdammt das muss ich natürlich erst mal ausrüsten geld so gleiter jetzt können wir uns das krönchen dahinten holen aus dem weg ihr idioten mann sehr nice so und wohin muss ich jetzt unendlich lang fliegen sehr geil oder kommt schaffen wir das nein schaffen wir natürlich nicht moment hier was ist das aha aeroga ich denke mal wir müssen mal richtung totenkopf insel du sollst hochklettern verdammt aus dem weg der hochkomme ich immer noch nicht okay die truhen sind auf jeden fall wieder da die ich mit der geöffnet habe ja woppa nebdoss Sehr geil Mann, ihr dummen Piraten, man nervt nicht Wie viel kriege ich denn Erfahrungspunkte für die Gegner? Daneben! Ich finde Feuer, Feuer ist irgendwie am coolsten Das Brenne, Affe Schatzwurf Na ja, klar Aller Taken mal eingesetzt für das Scheißvieh Sehr gut Oh, da oben Ah, komm mal Wie Wop Sehr gut Aus dem Weg, Affe Nervt mich nicht Zack, zack, zack Ja Baba, 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 Baba Die komplette Salve noch ihn Wir sind alle tot. Wir drücken trotzdem drauf. Aua! Ist ja unfair gewesen. Ich heiße mir die Kiste. Gut. Auf Wiedersehen. Ja, schön, hier. Zack. Eta. Aber... Ah, komm. Einmal speichern. Muss sein. Ah, nein, nein, nein. Nicht überschreiben. Das mag ich nicht. Das ist immer so riskant. Überschreiben. Lieber nicht. Soho Alas, and so passeth a worthy opponent, to think that his would be such an inglorious end. At last that scurvy brat will never trouble me again. I wouldn't be so sure of that, Hook. Swaggle the eyes! No, don't tell me! Oh, Jimmy! Blast that beat-up hand! I don't think so. We'll see you, Captain Hook. Okay, what's with the Krokodil? I'll get you for that! I'll run you through! Oha! Present for me? Okay. Pff, then bleib ich halt hier drin. Yeah, yeah! Rock! Ha ha ha! Was ist das? Alter! So. Jawohl, das klappt bei ihm auch! Sehr geil! Vernehmen! Raus mit dir! Zum Krokodil! Oh, oh! Aua! Du kleine Drecksaufe! Oh, oh! 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 Wie erbremd, ey! Wie erbremd, ey! So, mir gefällt dir das! Warte mal. Au, 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 au! Soldat! Hä, wieso krieg ich's nicht? da geht raus ins wassermann du idiot ich einfach runter da kann es mir gar nichts bla 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 okay ich halte mich mal ganz kurz okay raus mit dir tschüss ne ich einfach hier runter da kann es mir gar nichts junge aber nene so nicht Freund. Sack. Hey, 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 hey. So geht das nicht. Nee, nee. Du hast nicht mehr viel. Ja. Priesen für mich. Priesen für mich. Komm, du hast mir abgehend, wenn du wieder ans Wasser gehst. Wäre doch ganz cool, oder? Was willst du? Ich verstehe dich nicht. Schade. Alter, wie viele, Alter, von Lacht, gell? Papa, 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 Papa. Aua. Tschüss. Karl, das ist ein bisschen flüssig jetzt. Ey, mach dich so kaputt. Bring it. Bring it. Bamm. 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 Captain Hook, ey. Nix kannst du. Nix. Lauf. Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Ah! Leave me alone! Help me! Me! Ahoy! Look what we brought! It's a pirate's treasure chest! Treasure! Yep, the same chest I told you about. We snatched it right from Hook's hiding place. Huh? How come it's empty? Oh, sorry, but we lost it all the treasures. Oh, well. That's too bad. Oh, who needs it? It was probably just full of dumb old jewels or doubloons or something anyways. We could just put what we treasure in there instead. If you wanna. Yeah, that's perfect. Instead of filling it up with jewels and gold and stuff, we'll put in what's truly special to us. The real riches. What are you putting in, Vin? I don't know. Hmm. How about this? Hmm, what is it? It's... just something that one of my best friends gave me. So it's like a keepsake, huh? You sure you want to part with something that's special? Yep. I don't need it if I've got Terra and Aqua. Our best memories are still ahead. All right, then. Next time you visit, we'll have an even bigger chest waiting. Enough for all those treasures, and lots more. Okay, it's a deal. Oh, wait, Tink. I'm pretty sure that belongs to a friend of mine. Do you think maybe I could hang onto it? Now, Tink. Thank you. He... he's gone. Look, the light! Don't worry, man. No matter where that light takes him, then he'll always have friends waiting to meet him. Du kannst jetzt zu Peter Pan einen Dimensionslink herstellen. Feenblüte. Ein Schlüsselschwert mit geringer Reichweite, aber hohem Magiewert. Es ermöglicht häufiger kritische Treffer mit hohem Schaden. Du kannst jetzt auf dem Kommandobrett Nimmerland spielen. Gorge. Gorge. The king must be pretty far away by now. Gorge. The king must be pretty far away by now. Gorge. Huh? Look. That feller's got the star shard the king borrowed. King? Der mystische Turm. Cool. Jetzt sind wir auch wieder hier. Zack. Und Donald und Goofy sind auch hier. Voll cool, man. Das wird denen auch begegnet. Zack. Erstmal alles öffnen hier. Okay. Eiscreme-Sticker. Juhu. Ich finde es schön, dass wir gleiten können. Geil. Unser Deck ist ja größer geworden. Sehr geil. Okay. Super Angriffe. Können wir starten damit? Boah, guck mal, wir haben so viel... Was? Versprühe ein Konfetti-Regen. Etwas Besonderes geschieht vielleicht. Okay. Machen wir mal. What the fuck? Was für eine Technik soll das sein? Ich behalte sie mal für die ersten Gegner, okay? Danach tausche ich es um gegen... Schwertfall-Serie. Hochmagie-Formel. Formel für Hochmagie-Kommandos. Die Wirkung zeigt sich bei der Kommando-Fusion. Danke. Okay. Danke. Jens said, Sir! We just got a clue as to where the King might be! Hm? Ah, Ventus. Huh? Heracus has told me much about you. If I am not mistaken, you were ordered to return home. Well, Sir, I... Kein Problem. Mikki hat auch Probleme zu folgen. Wo ist diese Klänge zu Mikki? Ich habe es geschafft! Benquist, Benelite, Benji... Just an, Ben! Ja, das ist das, was ich normalerweise bin. Ben, ich weiß, was hast du hier? Bitte, Entschuldigung. Ich bin mit Mikki, aber... Wir sind geflogen in die Licht. Ich weiß nicht, wo er ging. Er war nicht in dem gleichen Welt, als der, wo ich das gefunden habe. Wie ich dachte, Mikki hat sich von einem Weltkrieg nach dem nächsten. Das erklärt, warum ich nicht seine Lieblung nicht verstehe. Du kannst das, kannst du? Ja, ich kann. Ja, ich kann. Hm. Mikki! Ich bin der König! Was ist passiert? Wo geht's? Wo geht's? Ist er okay? Wo? Es gibt eine dunkle und kraftvolle Kraft, die Interferte mit meinem Magik. Just sag uns, wo der König ist, Herr Yen-Sid, Herr. Und ich und Donald werden gleich da gehen und save ihn. Sie, auch. Das kann nicht gut sein. Aber ich bin der König der König der König. Ich bin der König. Und wenn ich ihn mit dir schaue, was ich mit dir? Ich finde ihn. Ich bin der König. Ich bin der König. Ich bin der König. Ich bin ihm. Ich bin der König. Micky schau mir einmal. Ich bin der König. Ich kann mich nicht schrauben, dass ich seine Freunde in Gefahrung. Ich bin der König. Ich bin der König. Ich versuche, ich werde ihn wieder seguro bringen. Sehr gut, Vintus. Wir werden es dir geben. Du kannst jetzt zu Donald einen Dimensionslink herstellen. Und so goofy auch. Ein Freund in Not. okay ich denke ich weiß was auf uns zukommt jetzt ein bisschen wieder zurück genau da wo wir vorher schon waren steppe der geheimnisse und dort wartet wahrscheinlich schon vanitas auf uns alles klar come on we meet again boy master xehanort so you're starting to realize what you lost oh but not for good you had to lose in order to find now it can all be yours again if you only reach out and take it reclaim the part that left you flash with him pure light against pure darkness to forge the ultimate key the all-powerful key blade not the key blades you and i carry the most ancient some say kai but the meaning is the same death a letter that spells endings and i have the power to make it correct ericus knows it too he knows exactly what you are the master haven't you ever wondered why he never granted you permission to lead his side to grow stronger ericus was frightened of you if you were to learn the truth realize what you are he never trusted you why else would he keep you within his sight at all times yeah he never let me see other worlds no matter how much i asked no matter how much you can do it and remember you have a greater purpose yeah Was bin ich? Was ist der Master? Was hat der Master von mir gehalten? Oha, okay, also nicht Vanitas wartete auf uns, sondern Cyanod und er hat mal wieder einfach nur so viel Quatsch erzählt und so viel, ähm, Mistgunst verbreitet wieder, der arme, arme Ventus, der hat einfach keinen Ahnung, was er jetzt denken soll, wegen Cyanod jetzt, verdammt, Mann, ey, dieser alte Drecksack, aber sein Outfit, muss ich sagen, ey, sieht absolut stark aus, was er da anhat, okay, komm, das ist jetzt die Stelle, wo Terra kurz danach gekommen ist und gegen Araquas gekämpft hat, mal gucken, was wir jetzt machen werden, ich hoffe nicht nochmal gegen diesen Penner kämpfen müssen. Weltbesuch, viel Glück. Weltbesuch, viel Glück. Weltbesuch, viel Glück. Weltbesuch, viel Glück. in der Dunkelheit, die zu nichts reduzieren? Aber die Dunkelheit hat einmal die Welt in der Geschichte gegeben. Wir wissen so wenig über die Keyblade War, nur dass es nur das Beginn war, während dieser Krise der Precious Might wurde. Es ist eine lustige Geschichte, und eine wertvolle Explorung. Sie sagen, Ruin bringt die Kreation. Also, was dann würde eine andere Keyblade War bringen? Wenn die Dunkelheit fällt, werden wir uns mit der Precious Licht, die legenden sprechen. Ich muss diese Antwort geben. Die Keyblade muss werden, und damit die Tür zu der Keyblade War ist. Fool. Du wirst ein Apokalypse aus der Kürzeihe? Ich werde das nie lassen. Nicht während ich leben! Aber wieder einmal, du hast es alles falsch, Erechus. Die Dunkelheit ist ein Beginn, du sagst. Nicht ein Ende. Auf der Erde, jeder von uns aus der Dunkelheit entsteht in eine Welt der Lichter. Wir wissen nicht? Die Dunkelheit ist ein Bezug. Ich mache mich nicht mehr so auf die Menschen. Wenn Sie die Sprache nicht nachvollziehen können, es nur eine Sache ein Ende sein wird! Das Macht hat die Schmerz genommen, Xehanort? Das ist nicht dein Wettbewerb. Ich habe die Chance für ihn, aber ich kann es nicht machen. Aber ich werde nicht wieder verlieren. Meister, was hast du... Die Schmerz hat keinen Platz in diesem oder in jedem Welt. Xehanort hat seine Zielsetzen gemacht, und ich habe keine Wahl. Entschuldigung, aber du musst nicht mehr existieren. Dann! Was? Meister, hast du geflogen? Terra! Ich empfehle dich. Entschuldigung! Nein! Du wirst nicht auf deinem Meister? Ich werde nicht! Aber warum machen meine Erwartungen für dich? Wenn du nicht in deinem Herz überwachen musst, dann musst du mit der Fentasen verabschieden. Enough, Terra! Er ist richtig! Quiet! Terra! Du bist mein Meister, aber ich werde nicht! Ich werde dich verabschieden, mein Freund! Die Schmerz hat dich, Terra? Warte, Terra! Geig! Eine Hand! Geig! Untertitelung des ZDF, 2020